Daran erkennst du, dass die Frau einen Kuss von dir will. Mein Name ist Marco Mitrovic von FlirtEmpire.com. Wir sind eine Flirt-Coaching-Company und wir helfen Männern dabei, eine Freundin zu finden und wirklich attraktiv zu werden. Denn es gibt gewisse Anzeichen, Indicators of Interest, wenn du sie so nennen möchtest oder einfach Indikatoren, woran du merken kannst, dass sie generell gewillt ist, dich jetzt zu küssen. Und für den einen oder anderen mag das alles jetzt komplett neu sein, was in diesem Video kommt. Und für die anderen, die vielleicht schon länger dabei sind, ist das eine sehr, sehr gute Erfrischung dieses Wissens. Und warum mache ich dieses Video überhaupt nun? Ich habe bei meinen letzten Coachings einfach gemerkt, dass viele Klienten nicht, und besonders im Nightgame, im Clubgame, abends in Bars und in Clubs, ich habe in meinen letzten Coachings gemerkt, dass viele Klienten nicht in diesem Rummach-Modus sind. Was ist der Rummach-Modus? Rummach-Modus, so nenne ich das, wenn du abends unterwegs bist. Und dir fällt es ganz leicht, Frauen anzufassen, touchy zu sein, mit ihnen zu tanzen und auch sehr, sehr schnell auf den ersten Kuss zu kommen. Und dann auch weiterhin mit denen rumzumachen. Damit dieses Video jetzt nicht geflaggt wird auf YouTube oder wieder demonetarisiert wird und die Reichweite eingeschränkt wird, tue ich mich mal so ein bisschen jetzt mit den Wörtern einschränken, was du alles noch so mit der Frau tun solltest in einem Club oder abends in der Bar. Kannst dir sicherlich vorstellen, was nach einem Kuss dann noch alles so kommt. Und der Punkt, warum die meisten dieser Klienten einfach nicht in diesem Rummach-Modus sind, ist so eine gewisse Unsicherheit. Die Unsicherheit im Sinne von, kann ich sie jetzt küssen? Darf ich sie jetzt küssen? Wie küsse ich sie dann auch? Aber vor allem dieses, kann ich sie jetzt überhaupt küssen? Ist das in Ordnung für mich, die Frau jetzt im Club oder in der Bar zu küssen? Weil viele haben einfach die Angst, dass wenn sie dann anfangen zu eskalieren, dass es dann wirklich in diesen Rummach-Modus geht, dass sie dann etwas tun, was die Frau dann abschreckt. Und ein Riesenfehler, den viele dabei dann machen, ist, dass sie nicht full force in den Rummach-Modus gehen. Eigentlich müsste ich dieses Video full force Rummach-Modus nennen. Was bedeutet das? Full force heißt, du ziehst einfach durch. Also du gehst mit 100% Confidence, Selbstbewusstsein da rein, dass du jetzt mit ihr rummachen möchtest. Und dann machst du es auch mit dieser 100%igen Selbstsicherheit. Wenn sie dann immer noch Nein sagt oder überhaupt Nein sagt, dann akzeptierst du es einfach und dann ist okay, dann machst du halt nicht weiter. Muss halt auch mal in diesem Video gesagt werden. Aber der Unterschied ist, dass viele meiner Klienten dann nur so ein halbes Ding draus machen. Also so, ja, ich wollte sie eigentlich küssen, aber dann habe ich kurz davor wieder abgeblockt und umgedreht und vielleicht hat sie gemerkt, dass ich sie küssen wollte. Ja, und dann hat sie auch gemerkt, wie ich abgedreht habe, weil ich mich nicht getraut habe und so. Oder ich habe versucht, sie zu umarmen. Das war dann irgendwie komisch von der Position her. Und dann habe ich meinen Arm ganz schnell wieder weggenommen. Oder ich wollte mit ihr tanzen. Dann habe ich das so 5 Sekunden, 10 Sekunden gemacht, aber gemerkt, irgendwie der Rhythmus stimmt nicht. Und sie bewegt sich ja so viel geiler als ich. Und ja, dann habe ich es halt gleich gelassen, weil da war ich nicht so wirklich auf ihrem Level und sie hat mich eben so ein bisschen eingeschüchtert. Wenn du dich auch nur bei einem dieser Punkte irgendwie wiederfindest, dass du zögerst mit dem Anfassen, dass du wieder auf halbem Wege einen Rückschritt machst, dass du dich unwohl fühlst, sobald du mit dir körperlich wirst und zum Beispiel tanzt, dann ist dieses Video für dich. Und egal, was du jetzt zu diesem Thema gehört hast, von anderen Coaches, Büchern, was auch immer, will ich dir so eine kleine Liste an Punkten geben in diesem Video, anhand derer du einfach viel besser kalibrieren kannst, ob du die Frau jetzt küssen kannst. Und wenn du meinen Content schon länger verfolgst, dann wirst du sicherlich schon mal so Sätze gehört haben wie sobald die Frau mit dir spricht, hat sie schon Ja zu dir gesagt und dein einziger Job ab dann ist nur noch dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr Nein sagt. Warum sage ich solche Sätze? Nun, ein bisschen weiter auszuholen, viele Männer brauchen für dieses Selbstbewusstsein zu kriegen, um in den Rummachmodus zu kommen, so ein gewisses Zeichen von der Frau, so ein gewisses, so ein Zeichen, dass er ihr gefällt. Sie muss dem Mann irgendwie mal gezeigt haben, dass der Mann der Frau gefällt. Und das brauchen viele Männer einfach, um ihr Selbstbewusstsein da aufzubauen, in den Rummachmodus zu kommen. Bei mir ist es so, weil ich jetzt schon seit 18 Jahren Pick-up mache, brauche ich da überhaupt gar keine Bestätigung mehr von irgendeiner Frau, dass ich gut genug bin, um sie zu küssen oder was auch immer. Das ist bei mir weggefallen. Was ich aber nachvollziehen kann, ist so ein bisschen diese Einladung der Frau. Nur irgendwann habe ich bei mir selber auch gemerkt, hey, eigentlich brauchst du auch diese Einladung nicht. Es gibt manche Frauen, die diese Einladung einfach nie senden, weil sie die gar nicht senden können. Nicht jede Frau kann das. Oder vielleicht tut sie es, aber mit einer anderen Form, als du gewohnt bist. Also die Kommunikation geht oft aneinander vorbei. Sie wollte dich eigentlich einladen, hat dann aber gesagt, ja, kommst du heute Abend zum Kochen vorbei. Und du hast das komplett falsch verstanden. Dabei meint sie sie eigentlich, kommst du heute Abend vorbei und küsst mich endlich. Also komplett Banane einfach, weil die Kommunikation von ihr nicht sehr direkt sein muss. Und dann war ihre Kommunikation vielleicht sehr indirekt und deshalb hast du es einfach nicht verstanden. Und das ist auch sehr oft vorgekommen. Und deshalb habe ich mir irgendwann gesagt, scheiß drauf. Ich brauche keine Einladung. Verführung bedeutet irgendwo auch Führung. Und deshalb führe ich einfach zum ersten Kuss. Und das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass ich dieses Selbstbewusstsein, diese Einladung, diese Bestätigung der Frau aus mir selber irgendwo herausholen muss. Und deshalb habe ich meine Regeln ein bisschen geändert. Meine Regeln, wann kann ich eine Frau überhaupt küssen? Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Satz zurück, sobald eine Frau mit dir spricht, hat sie schon Ja zu dir gesagt und dein einziger Job ab dann ist, nur noch dafür zu sorgen, dass sie nicht mal Nein sagt. Sobald die Frau mit dir spricht, hast du eigentlich schon die Erlaubnis, sie zu küssen. Du musst es nur richtig tun und du musst sie richtig dahin führen. Aber die Erlaubnis hast du. Es steht aber gleichzeitig immer der Frau frei, Nein zu sagen. Also es ist so ein Mindset-Ding. Es ist nicht, dass du die Erlaubnis der Frau hast, sie zu küssen, sondern du gibst dir selbst die Erlaubnis, von dir aus sie zu küssen. Das ist nicht die Erlaubnis der Frau, sie zu küssen. Muss man unterscheiden. So. Und wenn du dir selbst diese Erlaubnis gibst, dann pushst du dich einfach einfacher in diesen Rummach-Modus, wo du mit der Frau dann rummachen tust. Und das ist etwas, wo du dann abends im Club unterwegs bist und du lernst eine Frau kennen und nach einigen Minuten hast du einfach Bock, sie zu küssen und dann machst du es einfach, weil du dich das traust. Du traust dich, weil du dir selbst die Erlaubnis gegeben hast, sie küssen zu dürfen und diese Erlaubnis kommt endlich mal aus dem richtigen Punkt und zwar aus dir selbst und nicht aus der externen Bestätigung oder aus der externen Validierung der Frau, dass sie dir irgendein Zeichen geben musste, sondern die Erlaubnis kommt nochmal von dir selbst, weil du eine Maschine bist und einfach dir selbst erlauben kannst, eine Frau zu küssen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber jetzt haben wir noch den Punkt offen, du musst es noch richtig tun. Und hier gibt es so ein paar Punkte, anhand derer du kalibrieren kannst, wann der perfekte Zeitpunkt ist, eine Frau zu küssen. Zum Beispiel Indikator Nummer 1, woran du erkennst, dass du eine Frau küssen kannst. Sie kommt dir einfach nah. Du bist abends in der Bar mit ihr und unterhältst dich mit ihr an der Bar und sie lehnt sich die ganze Zeit in dich rein. Sie kommt immer näher an dein Gesicht und redet einfach viel zu nah bei dir. Ihr seid direkt, normalerweise redest du nicht so mit Menschen so nah, aber weil sie dir gefällt, lässt du es zu und weil du ihr gefällst, kommt sie dir auch immer wieder nah. Und das ist so ein Punkt, wenn du das merkst, der den Unterschied macht zwischen den Männern, die dann mit der Frau rummachen und den Männern, die sich das nicht trauen. Für die Männer, die dann mit der Frau rummachen, war das Indikator genug. Das war schon genug. Sie kommt mir nah. Oh, die will mich küssen. Und andere Männer denken, oh, sie kommt mir nah. War das jetzt unbequem auf ihrem Sitz oder, keine Ahnung, hört sie schlecht oder habe ich zu leise geredet? Und dann kommen die falschen Gedanken auf. Es kommen diese Minderwertigkeitsgefühl-Gedanken auf. Habe ich zu leise geredet? Ist sie unbequem auf ihrem Stuhl? Sitze ich zu weit weg? Dieses ganzen Zweifel dann so. Dabei ist sie dir eigentlich nahegekommen. Das ist eigentlich ein positives Signal ihrerseits. Und, wie gesagt, die Männer, die im Rummachmodus sind, denken sich, oh, die ist mir nahegekommen. Gar nicht mehr so weit, um sie zu küssen. Nur noch 20 Zentimeter. Let's go. Let's go for it. Und das ist der Unterschied. Let's go for it. Der Gedanke. Du assoziierst dann auf einmal positive Gedanken damit, dass sie dir nahe kommt. Der nächste Indikator ist, sie schaut dir auf deine Lippen. Warum schaut sie dir auf die Lippen? Der eine denkt sich, habe ich jetzt was hier zwischen den Zähnen oder habe ich Mundgeruch oder warum schaut sie mir nicht in die Augen? Vielleicht ist sie auch ein bisschen komisch. I don't know. Und der andere denkt sich, boah, die hat jetzt Bock, mich zu küssen. Lass sie einfach küssen. Okay? Ganz einfach. Und das ist diese externe Validierung, die du dir da rausziehen kannst. Du brauchst sie nicht mehr, weil du hast dir die Erlaubnis ja schon selber gegeben, sie zu küssen. Aber dennoch macht es Sinn, auf solche kleinen Indikatoren einfach zu achten und sie auch richtig zu interpretieren. in diesem Video, wie gesagt, für manche, die kennen diese Indikatoren. Ja, sie schaut dir auf die Lippen, sie kommt dir nahe. Aber was das Neue in diesem Video ist, ist einfach die Interpretation in der Praxis, wenn die Frau dir nahe kommt und wie du diese Tätigkeit von ihr, dass sie dir nahe kommt, interpretierst in deinem Kopf und dann auch die Sätze, die du dann mit dir selber redest. Schaut sie dir auf die Lippen, weil du was zwischen den Zähnen hast oder weil du Mundgeruch hast oder I don't know, was für Zweifel es sonst noch so geben kann. Du hast irgendwie Zuckungen in den Lippen und bist dir deshalb unsicher an sein. Oder schaut sie auf deine Lippen, weil sie sich fragt, wie sich deine Lippen wohl anfühlen, wenn sie dich küsst. Und genau das ist deine innere Stimme, die mit dir spricht und die kannst du kontrollieren und die muss positiv sein. Der nächste Indikator, sie lacht über schlechte Witze von dir und strengt sich auch im Gespräch an. Du merkst, wenn mal eine Stille kommt, wenn du dich mit ihr unterhältst, dass sie diese Stille versucht aufzulösen, dass sie dir versucht, ein weiteres Thema zu geben, dass sie dir versucht, selber einen Witz zu bringen oder einfach das Gespräch einfach fortführt von ihrer Seite aus. Das ist eine Energie, die von ihr kommt. Deswegen musst du auch ab und zu mal so eine Stille zulassen, einfach um zu schauen und zu kalibrieren. Hey, versuch sie jetzt wenigstens diese Situation zu retten. Kann so ein kleiner Trick sein einfach von dir, wo du dann herausfindest, hey, gibt sie sich gerade Mühe? Will sie mich? Will sie dieses Gespräch fortführen? Oder lässt sie das Gespräch einfach sterben? und wenn sie über schlechte Witze von dir lacht, ist genau das Gleiche. Deswegen, das ist auch wieder so ein Indikator, dass sie dich mag und das kann wiederum ein Grund sein. Oh, sie lacht über meinen schlechten Witz. Hm, wahrscheinlich will sie mich küssen. Verstehst du dieses Mindset, das von außen betrachtet, wenn ich jemanden hören würde, oh, sie lacht über einen schlechten Witz, sie will mich jetzt küssen, wenn das jemand sagt, so, hm, kann schon cringy sein, so, muss ich ehrlich zugeben. Das Problem ist, dass das sowas von vollkommen egal ist. Das ist genau der Unterschied. Scheiß auf den Cringe, man. Es geht darum, dass du im Club bist und deine innere Stimme kontrollierst, wie du mit dir selber redest, dass du nicht diese Selbstzweifel aufkommen lässt, sondern, dass du es positiv interpretierst, was da gerade passiert. Und wenn du das Ganze positiv interpretierst, dann hast du auch ein positives Mindset und dadurch auch ein positives Endergebnis. Und zwar, du küsst sie. Und das ist doch etwas Erstrebenswertes. Das sollte man doch nicht kritisieren. Das ist etwas Gesundes, wenn du positiv über dich selbst denkst. Nochmal, für Leute, die so etwas zweimal hören müssen. Von dir selbst positiv zu denken, ist etwas Gesundes. Ja? Okay. Der nächste Punkt ist, sie qualifiziert sich bei dir. Du fragst sie, hey, sag mal, kannst du eigentlich kochen? Das ist das, was ein Noob fragen würde. Wenn du mit mir im Club bist, bei einem Workshop und du hast das Glück, mit mir in einem Zweierset zu sein, dann würdest du eventuell etwas anderes hören, wie zum Beispiel, du mal eine ganz andere Frage an dich. ähm, wenn du eine Chance hättest, um das Herz eines Mannes zu gewinnen, was wäre das eine Gericht, was du am besten kochen kannst, was du für ihn kochen würdest bei einem gemeinsamen Abendessen, um sein Herz zu gewinnen? So was würde ich fragen. Ja? Ich würde es in einen ganz anderen Kontext setzen. Achte auf diese kleine Handbewegung. Du und ich bei einem Abendessen. Habe ich nicht gesagt. Ich habe es nur gezeigt. das Herz eines Mannes, der wirklich dein Traummann ist. Ja? Der wirklich dein Traummann ist. Du zeigst auf dich selbst. Kleinigkeiten. Die Spreu trennt sich vom Weizen dann im Set, wenn du dann vor Ort bist und diese Dinger durchziehst. Und wenn du das dann mal in der Praxis siehst, dann drehst du durch. Weil wenn du dann daneben stehst und siehst, wie die Frau danach guckt, und sie fährt ihren Film und was koche ich dann? Und er steht gerade vor mir. Wenn du das mal siehst, dann in echt. Und das ist halt auch dieses massiv Wertvolle, was man auf YouTube nicht zeigen kann. Das kannst du auf YouTube nicht zeigen. Weil es ist diese Spontanität, die in echt entsteht. Du läufst gerade an der Bar vorbei und hey, die kenne ich doch. Sprichst sie an? Die kenne ich doch nicht. Egal. Komm mit ins Set. Boom. Dann bist du im Set drin. Dann bringst du deine Opener. Dann bringst du solche Kleinigkeiten an Routinen. Du musst es sehen im Verlauf von Opener, von Entdecken des Sets überhaupt noch vorher bis hin zu das Set geöffnet, bis hin zu kleinen Hürden im Set. Darüber hinaus dann, wie sich das ganze Kino aufbaut, wie du selber vielleicht die Traction, die Griffigkeit, wie soll ich sagen, was heißt Traction auf Deutsch, Griffigkeit, wenn ein Autoreifen Haftung hat, wie du die Haftung im Set verlierst, wie du einfach durchflutscht an der Wand, du fällst runter, weil das, was du sagst, dagegen einfach nur ist, sag mal kannst du eigentlich kochen, das ist zu billig. Das meine ich damit. Und wenn sie sich dann danach bei dir qualifiziert und dir erzählt, was sie alles kochen kann und würde und dir erklärt, wie das schmeckt und warum das was Besonderes ist, dir praktisch das Abendessen verkauft und am Ende noch sagt, hey, komm doch einfach mal vorbei, dann weißt du, dass sie dich generell küssen wollen würde. Und das ist der Unterschied wieder. Ich tue es jetzt wirklich ein bisschen exaggerate und übertreiben, einfach um dir die verschiedenen Extremen zu zeigen, aber das ist wirklich so, dass in der Praxis, wenn du das mal gesehen hast, das einen ganz anderen Eindruck auf dich macht, dann verstehst du solche Dinge auch. Und dann, wenn du es jemand anderem erklären würdest, würdest du sehr wahrscheinlich sogar die gleichen Worte benutzen wie ich, auch wenn ich jetzt diese Worte benutze und sie möglicherweise, du manches davon verstehst, von diesen Worten und anderes, das kannst du noch nicht so ganz greifen, weil du es noch nicht so zuordnen kannst zu einem Referenzerlebnis und deshalb sind solche Erlebnisse in der Praxis einfach essentiell wichtig. Und der nächste Indikator, dass sie dich küssen wollen würde, ist, sie redet über sexuelle Themen. Ich habe gestern ein Shooting mit einem Klienten gehabt und da hat er mich auch währenddessen gefragt, hey Marco, ich habe immer so die Schwierigkeiten im Gespräch, die Gespräche zu sexualisieren, wie mache ich denn das? Und da weißt du schon, Frau hat keinen Bock da drauf. Zwei, drei Sätze später hat er mich gefragt, hey, ich hatte dieses Date mit der einen und danach wollte sie mich nicht wiedersehen. Warum? Ja, weil es zu langweilig ist. Der Frau, sie redet nicht über sexuelle Themen, du sexualisierst nicht. Ich will in diesem Video explizit nicht darauf eingehen, wie du sexualisierst, aber was ich sagen möchte ist, dass wenn du sexualisierst und sie geht darauf ein und redet ganz normal weiter mit dir, dann weißt du, dass sie dich generell küssen wollen würde. Also, wenn du Gespräche sexualisierst und sie geht darauf ein und redet weiterhin ganz normal mit dir, weißt du, dass sie generell dich küssen wollen würde. Und wenn du aber bei all diesen Punkten, ja, das sind jetzt nur ein paar Punkte, aber was wichtig ist, ist einfach dieses, setz mal deine Messlatte niedriger, wann du eine Frau küssen darfst. Das ist eigentlich das, was ich in diesem Video sagen möchte. Setz deine Messlatte niedriger und das muss von dir aus kommen. Dieses Selbstbewusstsein, ja, sie will mich jetzt küssen, nicht von ihr, nicht von externer Validation. Der Gedanke, ich darf sie jetzt küssen, kommt von deinem Inneren heraus und es muss auch ein gesunder Drive sein, so ein gesunder, ich habe jetzt Bock auf sie Drive, ein sexueller Drive einfach. Wenn du den nicht hast, ist so ein Problem, dann weiß ich nicht, warum du Pickup machst. Ja, weil es ist ein Thema für ein anderes Video, aber du solltest schon Bock auf sie haben. Ja, wenn du das nicht hast, dann hast du entweder das falsche Set oder andere Problemchen. Aber wenn du dir trotz all dieser Punkte nicht sicher bist, ja, dann kannst du auch mit ihr darüber einfach reden. Dann könntest du sowas sagen wie, sag mal, wie würdest du eigentlich reagieren, wenn ich dich jetzt küssen würde? Einfach mal straight raushauen. Und dann aber keine, von deiner Seite aus, du musst es halt auch so ein bisschen cool machen, weißt du, von deiner Seite aus dann nicht irgendwie lächeln, so, ja, ich würde dich jetzt küssen, sondern einfach mal so cool, so einfach trocken. Sag mal, wie würdest du eigentlich reagieren, wenn ich dich jetzt küssen würde? So ein bisschen abgefuckten Blick, so, ne? Damit diese Ironie so ein bisschen mit drin ist, damit dieses Trockene, dieses Coole mit drin ist. Und dann antwortet sie. Und dann machst du keine einzige Intention, dass du sie jetzt küsst. Du machst keine. Du wechselst einfach das Thema. Du machst einfach ein Pattern Interrupt. Ach so, was ich dir noch erzählen wollte. Stimmt, bla 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 bla. Das ist, wie du sowas dahin führst. Gut, es gibt noch zigtausende andere Ideen, Techniken, Inspirationen. Ich denke, aus diesem Video hast du definitiv mitgenommen, was? Dass du deine Messlatte niedriger ansetzen solltest, wann du eine Frau küssen darfst. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Das hat auch viele Implikationen auch in andere Bereiche. Mein Klient von gestern, der hatte jetzt seit Monaten keine Frau mehr im Bett. Und dann hat er mich gefragt, was er denn jetzt machen soll. und meine Antwort war, was glaubst du? Meine Antwort war, setz mal deine Messlatte niedriger. Fang mal mit einer metaphorischen Null an. Eine Frau, mit der du vielleicht normalerweise nicht schlafen würdest. Fang mit ihr mal an, wenn, 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 es für dich einfacher ist, sie ins Bett zu kriegen. Weil für die anderen bist du einfach kein Mann, der Sex hat aktuell. Du bist kein sexuell aktiver Mann. du bist langweilig, du hast nicht diese Ausstrahlung und das strahlst du dann auch aus, dass du einfach nicht aktiv bist und das ist ein massives Abturn, ein Abturner für sie. Und deshalb setz mal deine Messlatte niedriger und genauso hier und dann arbeitest du dich natürlich hoch. Aber wer keine Null fit machen kann, der kann auch keine Zehn fit machen. deswegen fangen wir bei der Null an. Und da trennt sich dann schon wieder die Spreu vom Weizen. Die einen machen es, die anderen nicht. Genau wie beim Küssen. Du stehst vor der Frau, du weißt, du könntest sie jetzt küssen und dann versuchst du so irgendwie zu rechtfertigen, ja, aber sie hat mir nicht dieses Signal gegeben und der Dreiecksblick hat gefehlt und dann noch dies und dann noch das und dann noch das. Halt doch einfach das Maul und küsse sie. Ganz einfach. Und wenn du mich buchen möchtest, dass ich dir mal persönlich bei deinen Problemen helfe beziehungsweise dich weiterbringen möchtest im Game mit Frauen, dann kannst du das gerne tun auf flirtempire.com falls du es auch noch nicht gemacht hast, dann abonniere jetzt den YouTube-Channel oder egal, wo du das Video gerade schaust, abonniere einfach mal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Aber, und das habe ich heute gemerkt, ich gucke einen anderen YouTuber und der hat schon tausendmal gesagt, ey, geh mal auf meine Webseite, ich habe es nie gemacht. I don't know, wieso? Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, da gibt es bestimmt nichts Interessantes zu finden. Schlecht. Sehr schlecht. Das ist ein falscher Gedanke. Wenn dich dieses Thema interessiert, geh wirklich mal auf flirtempire.com weil es gibt ein paar, also es gibt wirklich auch zu diesem Thema, wann ich eine Frau küssen kann, viele Dinge, die ich auf YouTube auf gar keinen Fall sagen würde und die erfährst du nur im Training. Nur dort. Nur dort. Und das sind Sachen, die sind auch so öffentlich nicht bekannt, das sind geheime Techniken, das sind auch Techniken, die sehr, sehr stark funktionieren, aber über die man teilweise einfach in der Öffentlichkeit nicht reden kann. Also, wenn du wirklich den Deep Shit, den Secret Shit haben möchtest, dann trag dich ein auf flirtempire.com und lass uns einfach mal miteinander reden. Ja, und dann hast du dieses Problem in Zukunft schon mal nicht mehr. Dann bist du einer von denen im Club, die mit Frauen rummachen und auch noch viel mehr als nur küssen. Es gibt sehr viele Dinge, die man mit einer Frau im Club noch machen kann. Küssen ist eigentlich nur der Anfang. Ja, in diesem Sinne, falls du jetzt noch ein kleines Praxisvideo sehen möchtest, empfehle ich dir, dieses Video dir anzuschauen, Kiss Close Rampage. Ist ein nice das Video und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.